Was ist denn das? Guck mal, wie er das für heute nie machen sollte. Was ich nie machen sollte? Laura, du sollst uns immer warten, okay? Was für Laugen gemacht? Geil, jetzt ist ja auch ein Spiel weg. Jetzt will mein Zimmer an. Nicht zu zählen. Jetzt will mein Zimmer an. Kannst du ziehen? Ich mach's weg. Ich guck's auch nicht an. Nein, noch nicht. Ich guck's aber nicht. Ich guck's. Fertig uns. Oh, das war das für heute.